Und so bleibt es bis zum Ende spannend, sechste Minute der Nachspielzeit, aufgepasst, Marc Haider, was für eine Rettungstag, der Mann, der fürs Toreschießen zuständig ist, der 36-Jährige, beweglich wie ein 18-Jähriger bei diesem Kopfball von Darmes mit einer Wahnsinns-Rettungstag zur Freude seines Trainer, Tobias Schweinsteiger. Der Akrobatik-Held, Marc Haider, sicher drei Punkte. Ja, irgendwie versucht, den Sieg festzuhalten. Genau weiß ich auch nicht, wie ich den Fuß dahin bekommen habe, aber es hat Gott sei Dank geklappt. Und für uns extrem wichtige Punkte und dementsprechend bin ich froh, dass ich heute so der Mannschaft helfen konnte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.